Hallo und willkommen auf der Zardox. Ja, es ist jetzt wieder in der Beine nichts gekommen, aber weiter geht's mit der zweiten Staffel, Volume 3 von die Rotarierke Schneeprinzessin. Warum bin ich jetzt noch so atem? Naja, das Alter macht sich langsam bemerkbar. So, ähm, ja. Volume 1 und 2 verlinke ich euch wie immer in der Videobeschreibung sowie das Anboxings der kompletten ersten Staffel. Könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt und wissen wollt, was drin ist. Aber jetzt hier in diesem Video das dritte Volume. FSK-Flatschen nur aufgeklebt, wie immer kann man abbiebeln. Das ist ein bisschen rumgeknickt, muss ich mal zurückknicken. Ja, ähm, Episoden 9 bis 12 sind hier drauf. Damit ist auch die zweite Staffel beendet. Als extra sind wieder opening songs dabei, opening songs, Trailer, Bildgalerie und eine Episodenguide, der hoffentlich digital ist. Zu den Daten. Das Bild ist 16 zu 9 voller AD. Jeder Ton ist im Deutschen 5 von der einzigen japanischen 2.0. Und die Laufzeit beträgt 97 Minuten. Und das Ganze hat noch deutsche Untertitel. So, jetzt machen wir das hier mal vorsichtig ab, denn bei KSM ist ja da immer noch was auf der Rückseite. Und, tada, da haben wir die Rückseite, Vorderseite, Rückseite, Vorderseite. Und jetzt gehen wir zu den inneren über. Das wäre das hier. Aber hier ist die spektakulärere Seite, denn hier befindet sich die Disc. Und hinter der Disc ist Klau. Dann haben wir hier KSM-Werbung mit Lanz & Masks. Was ich ja auch schon, ich will ja immer Masquerade sagen, warum auch immer. Was ich ja auch schon für euch geunboxt habe. Und das wollte ich mir heute eigentlich kaufen, aber irgendwie, ich habe es nicht gefunden. Also im Laden wollte ich es mir kaufen, im Internet findet man es sicherlich. Muss ich mal anrufen, ob sie es mir nachbestellen können. Gut. Ja, dann, was haben wir hier alles noch? Werbung fürs Mein Matsuri, was vom 9. bis 11.8. ist. Am 11.8. war doch irgendwas. Hm, keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, gehen wir zum Episoden-Guide über. Da, Episoden 10, dann ein paar Bilder, Screens ein bisschen aus der Serie. Episode 11 und die letzte Episode 12. Und wer sich jetzt spoilern will, kann das pausieren und sich durchlesen. Ich werde es mir erstmal nicht durchlesen. Gut, ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Wie gesagt, schaut mal bei den Linken in der Videobeschreibung vorbei. Dann, ciao, bis zum nächsten Mal.